Super leichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Super leichte Zeichnungen. Heute werden wir Werkzeuge zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Um anzufangen werde ich einen Hammer zeichnen. Dann einen Schraubendreher. Das dritte Werkzeug wird ein Schraubenschlüssel sein. Und schließlich zeichne ich eine Säge. Ausgezeichnet! Jetzt benutze ich diesen dicken schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich färbe den Hammer grau. Dann benutze ich grün Blau Und etwas braun Für den Schraubendreher benutze ich grau Dann orange Und rot Ich färbe den Schraubenschlüssel lila Und gelb Und gelb Und schließlich färbe ich die Säge türkis Grau Fantastisch! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like Und abonniert den Kanal Wir sehen uns im nächsten Video YouTubers und wiederge Shopify من Schrauben mein Schraubendreher und Tell ひ存